Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder die Auslegung der Sonntagslesungen. Bleiben Sie gerne dran. Wir gehen auf den 12. Sonntag im Jahreskreis zu. Heute gibt es wieder sehr spannende Lesungen. Und wenn Sie gerne auch in Zukunft diese Auslegungsvideos nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie gerne meinen Kanal und aktivieren Sie auch die Glocke. Dann verpassen Sie diese Videos nicht mehr, genauso wie alle anderen Videos. Das ist natürlich alles hier auch kostenlos, das Abonnement. Und geben Sie gerne diesem Video einen Daumen hoch. Als erste Lesung hören wir aus dem Buch Jeremia. Ich hörte die Verleumdung der vielen. Grauen ringsum. Zeigt ihn an. Wir wollen ihn anzeigen. Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich stürze. Vielleicht lässt er sich betören, dass wir ihn überwältigen und an ihm Rache nehmen können. Doch der Herr steht mir bei, wie ein gewaltiger Held. Darum straucheln meine Verfolger und können ihn nicht überwältigen. Sie werden schmählich zu Schanden, da sie nichts erreichen, in ewiger unvergesslicher Schmach. Aber der Herr der Heerscharen prüft den Gerechten. Er sieht Nieren und Herz. Ich werde deine Vergeltung an ihnen sehen, denn dir habe ich meinen Rechtsstreit anvertraut. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn, denn er rettet das Leben des Armen aus der Hand der Übeltäter. Wir haben es heute gehört. Es ist ein Ausschnitt aus einem prophetischen Buch. Jeremia ist dafür bekannt, dass er eher pessimistisch eingestellt ist oder sich selbst immer so ein bisschen unterschätzt. Und dieser Ausschnitt, den wir heute gehört haben, er kommt aus der sogenannten fünften Konfession und dort beschreibt Jeremia die bösen Absichten seiner Gegner. Und diese warten darauf, dass er stürzt, dass er einen Fehler macht. Sie warten darauf und gönnen ihm einfach gar nichts. Und sie sind es auch, die ihn verleumden und somit natürlich nicht nur ihn, sondern sie haben ja ein Problem an Gott. Und deshalb greifen sie ihn ja auch an. Also das eigentliche Problem haben die Gegner nicht mit Jeremia, der ja im Auftrag Gottes spricht, sondern mit Gott und mit seiner Botschaft. Sie nehmen seine Botschaft nicht an. Und so wird Jeremia zum Sündenbock, denn Gott können sie nicht ergreifen, packen und was weiß ich mit ihm machen. Und so wird Jeremia zum Boxsack sozusagen. Und warum wollen sie das? Warum gönnen sie ihm nichts? Warum warten sie schadenfroh darauf, dass Jeremia einen Fehler begeht? Weil sie die Botschaft nicht hören wollen. Sie wollen die Botschaft Gottes nicht hören. Jeremia muss für diese Botschaft, für das Wort Gottes, für den Willen Gottes sehr vieles erleiden. Und in diesem Leiden für die Sache Gottes wird er zum Typos Christi. Denn was Jeremia erleidet, ist im Grunde nur ein ganz kleiner Teil von dem, was dann Jesus erleiden wird. Und wenn Jesus für das Evangelium leidet, dann hat das sühnende Wirkung. Natürlich toppt Christus als der Antitypos das Leiden des Jeremia nochmal. Jesus ist nämlich auch zu 100 Prozent ein Gerechter. Jeremia ist ein Mensch, ein unvollkommener Mensch, der auch ganz oft hadert und ja sehr zaghaft ist am Anfang und insgesamt manchmal wirklich sehr pessimistisch wirkt. Und auch manchmal nicht, dass Gott Vertrauen hat. Und dann wieder eine neue Lektion lernen muss und über sich selbst hinaus wächst. Das macht den Menschen aus. Gott beruft nicht die Kompetenten, die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenden. Startet den Menschen mit dem aus, was er braucht. Und zwar nicht sofort am Anfang. Die Potenziale sind da. Aber es ist ein Weg, auch ein Lernprozess des Menschen, immer mehr Gott zu vertrauen und immer mehr sich ganz auf ihn zu verlassen. Und auch über die eigenen Schwächen hinaus zu gehen, über sich selbst hinaus zu wachsen. Das macht ja das aus, dass der Mensch mit dem Weg mit Gott geht. Und natürlich auch die Werkzeuge Gottes hier auf Erden, die eine besondere Berufung haben, sind keine perfekten Menschen. Und natürlich ist Jesus dagegen eine ganz andere Nummer. Er ist Gott selbst. Er ist schon vollkommen. Er ist nicht in einem Prozess, wo er irgendwie erstmal irgendwas lernen muss. Er kennt den Vater schon von Anfang an durch und durch. Gott lässt Jeremia nicht allein, genauso wenig wie er seinen eigenen Sohn am Kreuz nicht allein gelassen hat. Nochmal zu dieser antitypologischen Beziehung. Und Gott ist wie ein gewaltiger Held. Er steht Jeremia bei wie ein gewaltiger Held. Zwar wird er ihn nicht von den Toten auferwecken, so wie er es dann bei seinem Sohn tun wird. Aber immer wieder hilft er Jeremia wieder auf die Beine. Und deshalb haben auch wir diese Gewissheit und dürfen dieses Vertrauen haben, dass Gott auch uns in jeder Situation beisteht. Auch wenn wir das nicht immer spüren. Ob jemand bei uns ist oder nicht, das hängt nicht von unserem Gefühl ab. Gott ist immer bei uns. Auch wenn wir ihn ignorieren, ihn nicht wahrnehmen wollen oder auch nicht können. Weil wir zum Beispiel so vereinnahmt sind von den Sorgen, von den Ängsten, von den Problemen und total verhaftet sind dieser irdischen Probleme. Dass wir es einfach nicht merken. Aber er ist immer da. Und er rettet uns auch aus unserem seelischen Tod. Und zwar durch die Heilsmitte, die Sakramente und Sakramentalien, die die Kirche uns schenkt. In dieser Hinsicht rettet er unser Leben auch vor dem moralischen Tod. Und er schenkt uns die Taufe, die Erlösung, die Möglichkeit, die Erlösung, die Christus am Kreuz erwirkt hat, anzunehmen. Und dadurch das ewige Leben zu gewinnen. Weil wir dann zu den Erben Gottes werden. Und dann in seinem Reich weiterleben werden. Auf ewig. Gott prüft uns auch. Es heißt hier, Gott prüft den Gerechten. Das heißt, er schaut genau auf ihn. Schaut in das Innere. In sein Inneres. Die letzten Tage haben wir immer wieder aus der Bergpredigt einen Ausschnitt gehört. Und da ging es immer wieder darum, nicht einfach nur die Gebote zu halten, sondern mit der richtigen Absicht die Gebote zu halten. Und diese rechte Absicht, auf die achtet Gott ganz genau. Er schaut auf unsere Absichten, auf das, was in unserem Herzen ist, was wir, ja, was die Vorgeschichte des Verhaltens ist. Und deshalb heißt es auch hier schon, und das ist sehr fortschrittlich, zu Zeiten des Jeremia, Gott prüft auf Nieren und Herz. Es sind natürlich Bilder. Nieren, Herz und Nieren, auf Herz und Nieren prüfen ist ja auch für uns, also ist in unseren Sprachgebrauch sogar übergegangen. Es meint natürlich nicht diese Organe und er schaut nur auf diese Organe und auf den Rest nicht. Gemeint ist, Gott prüft unsere innersten Regungen. Das, was uns im Innersten dazu angetrieben hat, ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen, das Gute zu tun oder das Böse zu tun oder das Gute sogar zu unterlassen. All diese Dinge, warum das alles so geschehen ist. Und das ist sehr fortschrittlich, weil bis dahin, beziehungsweise dann in zur Zeit Jesu, gerade durch die Pharisäer, die äußeren Taten so wichtig wurden. Und das, was dahinter steht, ausgeblendet wurde. Und dabei ist das ja sehr wichtig. Da kommt es dann auf jeden Fall beim Gericht Gottes zu einigen Überraschungen. Der, der immer das Gute getan hat, aber nie aus Liebe, da wird das plötzlich ganz klein, was er getan hat oder sie. Und der, der negativ aufgefallen ist durch das Verhalten, der wird sich plötzlich zeigen, die Person konnte gar nichts dafür. Und so, wir wissen, wir Menschen können deshalb andere Menschen nicht beurteilen. Denn wir können im Gegensatz zu Gott nicht in das Herz der Menschen schauen. Außer man hat die Seelenschau, aber das ist ein Charisma, das natürlich nur ganz einzelne Menschen haben. Jeremia versteht sein Leiden, das hier auch beschrieben wird, als Prüfung Gottes. Er sieht, dass Gott ihm eine Aufgabe gibt dadurch. Er sieht das nicht jetzt so, dass er anfängt zu hadern, warum tust du mir das an und das war's und ich breche jetzt mit dir und ich werde jetzt nicht mehr dein Prophet sein, sondern er versteht, dass das eine Lektion ist und die muss er bestehen. Und das ist sehr reif von ihm. Denn es gibt viele, die das nicht können, die dann ihren Glauben verlieren im Leiden. Jeremia vertraut darauf, dass Gott das Unrecht vergelten wird, das ihm, dem Propheten, widerfährt. Er begründet es damit, dass er Gott seinen Rechtsstreit anvertraut. Gott ist ein gerechter Richter. Gott ist ein gerechter Richter und wenn man das Gericht ihm überlässt, um nochmal zu diesem Thema zurückzukommen, was auch dann in der Bergpredigt die letzte Woche immer wieder vorkam, wenn man ihm das Gericht überlässt, dann erhält wirklich jeder das angemessene Urteil, weil Gott das wirklich angemessen beurteilen kann, im Gegensatz zu uns Menschen. Am Anfang der Lesung stellt Jeremia das auch schon heraus, dass menschliche Gerichte ungerecht sind. Das heißt hier ja, ich hörte die Verleumdung der vielen Grauen ringsum, zeig den an, wir wollen ihn anzeigen. Das ist dann eine Anzeige aus niederträchtigen Gründen. Es ist dann kein, es ist schon die ganze Gerichtsverhandlung, der ganze Prozess ist dann schon eigentlich ungerecht dadurch, dass es schon böse Absichten sind. So ist der Mensch. Jeremia vertraut Gott ganz. Er fordert dann sogar zum Ende hin zum Lobpreis auf. Da heißt es, singt dem Herrn, rühmt den Herrn, denn er rettet das Leben des Armen aus der Hand der Übeltäter. Das kann Jeremia sagen voller Hoffnung. Er verliert trotz allem die Hoffnung nicht, auch wenn er manchmal wirklich klagt und eher pessimistisch und ja, pessimistisch rüberkommt. Aber doch verliert er im Innersten nicht die Hoffnung. Er weiß, dass Gott ihn nicht verlässt und dass dieser am Ende triumphiert. Und auch wenn wir auf Jesus schauen, können wir das auch sagen. Gott rettet wirklich das Leben aus der Hand der Übeltäter. Er rettet das Leben seines eigenen Sohnes aus der Hand des Entgegners. Und der Entgegner, das ist der Böse, der Teufel. Mit ihm kam der Tod in die Welt. Das ist für uns der bedrohlichste Feind. Gott rettet uns auch deshalb aus dem Tod. Durch die Taufe. Wenn wir getauft werden, dann werden wir den seelischen Tod nicht schauen. Biologisch müssen wir weiterhin sterben, weil das eine Folge der Erbsünde ist. Aber das wird auch irgendwann ein Ende haben. Und dann werden wir uns sogar mit unseren Leibern wieder vereinen. Er rettet uns auch immer wieder aus dem moralischen Tod. Ich habe es schon zu einem anderen Vers gesagt. Durch das Sakrament der Versöhnung. Durch das Sakrament der Versöhnung werden wir zu dieser Taufgnade wieder zurückgebracht. Und wenn wir dann den ewigen Tod nicht mehr schauen, und zwar wenn der Tod komplett zerstört wird. Wenn es keinen Tod mehr geben wird am Ende der Zeiten, dann werden wir Gott ewig loben und preisen. Das wird unsere himmlische Tätigkeit sein. Hören wir nun Psalm 69, ganz passend ein Klagepsalm zu dieser Lesung. Die Gebeugten haben es gesehen und sie freuen sich. Wir haben es gehört. Es ist ein Klagepsalm, ganz klassisch. Den Anfang hören wir nicht. Wir haben Verse, die schon mitten aus dem Psalm herausgegriffen sind. Das heißt, die anfänglichen Bitten lesen wir nicht, beziehungsweise hören wir nicht und beten wir nicht. Sondern es beginnt hier gleich mit einer Begründung. Denn deinetwegen erleide ich hohen. Das passt wirklich sehr gut zu jemandem, der einen Notstand beklagt. Das ist hier der Psalmbeter. Die Kirche sagt, das ist König David, der das selbst sagt. Und wenn wir das jetzt auf die Lesung beziehen, können wir sehr gut das Jeremia eigentlich zuschreiben. Er könnte das ganz gut beten. Das würde zu seiner Situation sehr gut passen. Er muss ja als Prophet Gottes für die Botschaft so viel erleiden. Was er alles durchmachen muss, lesen Sie mal das Buch Jeremia. Der kann einem wirklich leid tun. Und auch, wie er selber gesagt hat, auch er wurde verhöhnt. Und er wurde mit Schande bedeckt. Der Eifer für das Haus Gottes ist ein sehr interessanter Vers. Das ist natürlich erstmal bezogen auf den Jerusalemer Tempel. Beziehungsweise auf das Heiligtum. Später ist dann ja erster Tempel gebaut worden, zur Zeit des Königs Salomo. David hat sich aber schon ereifert für den Tempelbau. Durch seine Sünden und vor allem dadurch, dass so viel Blut an seinen Händen klebte durch die ganzen militärischen Erfolge, sollte er den Tempel nicht bauen. Gott hat ihm gesagt, dein Nachkomme wird das tun. In der nächsten Generation. Und doch hat er sich sehr ereifert für das Haus Gottes, das eben erstmal noch das Offenbarungszelt war. Wir wissen ja davon, wie sehr er die Liturgie ausgebaut hat. Seine Psalmen, die er geschrieben hat, die Lieder, die er komponiert hat, für die liturgischen Feste. Die Feste. Der Festkalender. Das hat er alles systematisiert und ausgebaut. Die Wallfahrtsfeste. All das haben wir ihm zu verdanken. Er hat sich wirklich ereifert für das Haus Gottes. Auch wenn er das Haus selbst dann nicht gebaut hat. Das hat dann sein Sohn gemacht. Auf den Propheten Jeremia bezogen, ist damit natürlich auch die Beauftragung Gottes gemeint. Also er hat sich ereifert für den Willen Gottes. Und damit natürlich auf Gott selbst. Und dieser wohnt ja auf besondere Weise im Tempel. Deshalb heißt es ja auch das Haus Gottes. In den letzten Wochen haben wir öfter, also in den letzten Sonntagsauslegungen haben wir immer wieder den Petrusbrief, den ersten Petrusbrief betrachtet. Und dort war dieser Leidensgedanke auch wichtig. Petrus betrachtet, welche Arten von Leiden es gibt. Und er sagt, das Leiden für das Evangelium Jesu Christi hat eine besondere Qualität und ist natürlich dahingehend ehrenvoller, als das Leiden zum Beispiel aufgrund der eigenen Vergehen. Aber was wir hier im Klagepsalm sehen, ist, hier beklagt jemand das Leiden, bringt das zur Sprache vor Gott, aber nicht, um mit Gott zu hadern, sondern wenn Sie einfach mal weiterlesen, dann werden Sie merken, der Beter bringt das vertrauensvoll vor Gott, dass er das mit seiner liebenden, mit seinem liebenden Blick anschaue und nach seinem Willen handele. Entweder, dass Gott es eben von ihm wegnimmt oder ihm die Kraft gibt, da durchzugehen. In Vers 14 lesen wir das. Ich aber komme zu dir mit meinem Gebet zur Zeit der Gnade. Gott in deiner großen Huld erhöre mich mit deiner rettenden Treue. Das ist eine absolute, eine absolute vertrauensvolle Bitte. Und dann geschieht etwas, das wir jetzt hier nicht so genau sehen können, weil hier dann einige Verse ausgelassen werden von der Leseordnung her. Aber in einem Klagepsalm ist es so, dass es dann immer irgendwann einen sogenannten Stimmungsumschwung gibt. Und ein Stimmungsumschwung ist, dass von einem Vers zum anderen plötzlich dieser klagende Duktus übergeht in einen Lobpreis, in einen lobpreisenden Duktus und in einen dankenden Duktus. Und das passiert in Vers 31, den wir heute nicht hören, aber wir beten dann Vers 33. Und da sehen wir dann den Übergang. Da heißt es dann, die Gebeugten haben es gesehen und sie freuen sich. Ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz lebe auf. Also, das ist ein Appell an alle Leidenden. Ihr dürft jetzt aufatmen. Gott hat euer Klagen gehört. Sie können erleichtert sein, weil Gott ihre Bitten erhört hat. Und Arme und Gefangene, Arme und Gefangene, davon hören wir dann in Vers 34. Da heißt es ja, denn der Herr hört auf die Armen. Seine Gefangenen verachtet er nicht. Und diese Armen und Gefangenen, das meint natürlich nicht nur finanziell Arme oder die, die im Gefängnis sitzen, sondern im Psalmen-Kontext meint es immer ein bisschen mehr. Und zwar immer einen ganzheitlichen Mangel. Einen ganzheitlichen Mangel. Und so kann sogar, und das ist ganz besonders stark im Psalmen-Kontext, die soziale Komponente mit gemeint sein. Jemand ist arm, wenn er aus der Gesellschaft ausgeschlossen ist. Wenn jemand keine Familie hat, dann ist er arm. Wenn jemand zu einer Randgruppe gehört, gesellschaftlich gesehen, ist die Person arm. Wenn jemand isoliert ist, ist er gefangen. Das ist nicht zu unterschätzen. Diese soziale Komponente. Also Gott hört auf die Armen. Seine Gefangenen verachtet er nicht. Die Psalmen reflektieren die fünf Bücher Mose. Passend dazu oder analog dazu gibt es fünf Psalmen-Gruppen. Wir können hier Exodus-Motive sehen. Gott hört auf die Armen und Gefangenen im Sklavenhaus Ägyptens. Er hört das Schreien seines auserwählten Volkes, das leiden muss unter dieser Last und unter der Tyrannei der Ägypter. Und auch dort hat er das Schreien seines Volkes gehört. So sagt er es aus dem brennenden Dornbusch. Ich habe das Schreien meines Volkes gehört. Er hört auch später den Schrei seines Volkes im babylonischen Exil. Gott hört auch unser Schreien heute. Gott ist die Welt nicht egal. Es ist seine wunderbare Schöpfung und er kümmert sich um seine wunderbare Schöpfung. Und er hört auch das Schreien der Menschen nach Erlösung, die nach dem Messias gerufen haben. Er ist gekommen. Er ist selbst Mensch geworden und hat die Welt erlöst. Er hat ein Herz für seine geliebten Kinder. Und das ist eine wunderbare Botschaft, die uns wirklich mit absolutem Vertrauen erfüllen kann. Hören wir nun in der zweiten Lesung aus dem Römerbrief. Deshalb, wie durch einen einzigen Menschen die Sünde in die Welt kam und durch die Sünde der Tod und auf diese Weise der Tod zu allen Menschen gelangte, weil alle sündigten. Sünde war nämlich schon vor dem Gesetz in der Welt, aber Sünde wird nicht angerechnet, wo es kein Gesetz gibt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose, auch über die, welche nicht durch Übertreten eines Geburts gesündigt hatten wie Adam, der ein Urbild des Kommenden ist. Doch anders als mit der Übertretung verhält es sich mit der Gnade. Sind durch die Übertretung des einen die vielen dem Tod anheim gefallen? So ist erst recht die Gnade Gottes und die Gabe, die durch die Gnadentat des einen Menschen Jesus Christus bewirkt worden ist, den vielen Menschen reichlich zuteil geworden. In der zweiten Lesung aus dem Römerbrief hören wir nun von der Verbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Menschen. Darin können wir anknüpfen an das, was wir zuletzt bedacht haben zu den Psalmen, nämlich die Erlösungstat Jesu Christi. Um die geht es hier jetzt. Ein Mensch, nämlich der erste Mensch Adam, hat uns alle ins Verderben gestürzt durch den ersten, durch den Sündenfall, durch die erste Sünde, die getan worden ist, die eine Sünde des Ungehorsams war. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er uns einen zweiten Menschen gegeben hat, der der erste Mensch der neuen Schöpfung ist und das ist Jesus Christus, sein eingeborener Sohn. Und so wie eben durch diesen einen Menschen das Unheil über alle Menschen gekommen ist, so ist durch die gerechte Tat, durch den Gehorsam, durch den Gehorsam bis zum Tod, durch den Gehorsam Jesu Christi, durch die eine Tat, die Gnade allen Menschen zuteil geworden. Paulus erklärt, und das ist wichtig in seinem ganzen Argumentationsgang, ich habe schon letzten Sonntag so ein bisschen über diese ganze, über den Hintergrund dieses Briefes gesprochen. Da geht es ihm vor allem darum, herauszustellen, die Judenchristen haben keinen Vorteil, weil sie die Tora haben. Und es gab ja auch Gerechte zu der Zeit, als es noch gar keine Tora gab. Und es gab da schon Sünde, bevor es die Tora gab. Und deshalb sagt er hier eben dieses, dass, bevor es die Tora gab, die mit Mose gegeben worden ist, hat man schon gesündigt. Und die Vergehen gegen die Tora, das ist auch ein wichtiger Punkt, können außerhalb des Wissens der Tora, also natürlich gerade, als es die eben noch gar nicht gab, nicht angerechnet werden. Wie kann man jemanden für etwas zur Verantwortung ziehen, wenn er oder sie das nicht wissen konnte, dass es eine Sünde ist? Es gab schon die Naturgesetze. Und darüber spricht Paulus auch gerade, was die Heiden anbelangt. Das ist auch interessant, weil bis heute haben wir eine Unterscheidung von Todsünde und lässlicher Sünde. Todsünde ist ja das, was den seelischen Tod zur Folge hat. Und zwar etwas, was wir wissentlich tun. Etwas, was wir mit vollem Bewusstsein, voller Freiheit vor allem tun. Nicht aus Zwang, sondern wirklich aus freien Stücken, obwohl wir genau wissen, dass es eigentlich eine schwere Sünde ist. Und die lässlichen Sünden sind die Sünden, die im Affekt geschehen, die eine kleinere Sache sind, sag ich mal. So Notlügen und so. Adam konnte deshalb ja schon sündigen. Er konnte ja schon sündigen, obwohl es noch gar nicht die Tora gab. Und er wusste aber, dass das nicht richtig ist. Weil Gott gesagt hat, so und so. Und er hat gegen Gottes Willen gehandelt, obwohl er diesen Willen ganz genau kannte. Gott hat ihm ja ganz explizit gesagt, von diesen Früchten dürft ihr nicht essen. Von allem anderen dürft ihr essen, aber nur von diesem Baum nicht. Und er hat es doch getan. Das heißt, er hat mit vollem Bewusstsein ungehorsam gehandelt. An dieser Stelle sagt Paulus, dass Adam ein Urbild des Kommenden ist. Also hier spielt Paulus selbst mit diesem Prinzip der Typologie. Und das ist ein wichtiges Stichwort. Jesus und Adam stehen ja in dieser typologischen Verbindung. Das ist ja schon am Anfang auch gesagt worden. Dieser eine Mensch, der Unheil gebracht hat und dieser eine Mensch, der alles wieder gut gemacht hat. Schön ist, dass hier sogar im Griechischen für Urbild tatsächlich Typos steht. Typos. Das, was ich immer wieder auch benutze mit Typologie. Das Urbild des Kommenden. Und der Kommende ist ein messianisches Stichwort. Man muss dazu sagen, das Anliegen des Paulus im Römerbrief ist, wie gesagt, die Gemeinde davor zu bewahren, rejudaisiert zu werden. Also die Taufe ist heilsnotwendig, nicht zusätzlich die Tora zu halten, beschnitten zu sein und so weiter. Paulus stellt die Sünde des einen Menschen und die Gnade des einen Menschen ja nebeneinander. Und das ist wirklich diametral zu betrachten. Während nämlich Adam, durch Adam die Verurteilung aller Menschen durch, ohne ihr eigenes Zutun, geschehen ist. Also die Menschen können nichts dafür. Sie konnten noch so gut sein, wie sie wollten. Sie konnten nicht in den Himmel. Dafür gab es die Vorhölle. Alle Gerechten des Alten Testaments mussten dort warten. Unfair. Das war ungerecht, weil sie haben ja eigentlich die Gebote gehalten, haben ein gerechtes Leben geführt und konnten trotzdem nicht hinein. Also ohne ihr Zutun sind sie vom Makel der Erbsünde befleckt worden. Und genau so ist ohne Zutun, und das ist für Paulus eben der springende Punkt, ohne Zutun, ohne menschliches Zutun ist die Gnade über alle Menschen gekommen. Jeder einzelne Mensch hat die Chance auf das Himmelreich. Nicht, weil er sich das erstmal durch das Halten der Tora und durch die Beschneidung selbst verdient hat. Die Erlösung hat kein Mensch verdient. Jesus ist für uns gestorben aus Gnade. Das ist ein reiner Gnadenakt. Dass er eines Tages auf die Erde gekommen ist, Mensch geworden ist, das haben wir nicht zuerst verdient und deshalb ist er so spät gekommen oder so. Nein, es ist ein reiner Gnadenakt. Ohne menschliches Zutun ist die Erlösung erwirkt worden für die ganze Welt. Ob wir den Bund annehmen oder nicht, das ist dann ja schon die Antwort darauf. Aber der erste Schritt ist von Gott ausgegangen. Ohne menschliches Zutun. Und wichtig ist natürlich, die Gnade ist unendlich größer als die Sünde. Denn während die eine Übertretung alles zerstört hat, kann die Gnade alle Übertretungen wieder gut machen. Alle Sünden, die jemals begangen worden sind, die jetzt in dem Moment begangen werden und die in Zukunft noch begangen werden. Das ist natürlich klar. Gott ist stärker als der Böse. Der Böse ist ein Geschöpf Gottes, der Böse geworden ist, weil er Gott abgelehnt hat. Er ist nicht böse geschaffen worden, natürlich. Aber ein Geschöpf kann gegen Gott nicht ankommen. Hören wir nun das Evangelium. Fürchtet euch nicht töten können, sondern fürchtet euch eher vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann. Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Pfennig? Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht. Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Im Evangelium hören wir heute so wie in den bisherigen Texten von der absoluten Geborgenheit in Gott und dem Vertrauen, das wir in ihm ganz entgegenbringen können. Er weiß um alles und ihm ist nicht egal, was mit uns Menschen passiert. Das ist uns auch durch die zweite Lesung klar geworden, weil er ist ein Mensch geworden, hat uns erlöst. Er hat selbst gelitten bis zum geht nicht mehr und ist gestorben für uns, damit wir gerettet werden. Ihm können wir absolut ganz und gar vertrauen. Er tut alles, damit wir nicht verloren gehen. Bis zum letzten, bis zur letzten Chance. Bis zum letzten Moment gibt er uns Chancen und Chancen und Chancen. Aber irgendwann ist es auch zu spät. Der Kontext der Worte Jesu hier im Evangelium, das wir gehört haben, ist die Aussendung der zwölf Apostel in die umliegenden Städte. Jesus sieht ja, dass die Ernte groß ist, es aber nur wenig Arbeiter gibt. Und dann hat er ja die zwölf Apostel beauftragt oder berufen. Und diese zieht er und diese sendet er jetzt aus. Dahin, wo er nicht hingehen kann. Und das müssen wir uns vorstellen als eine Art Generalprobe. Denn wenn er dann stirbt, wenn er aufersteht, wenn er in den Himmel auffährt und wenn er ihnen dann seinen Geist sendet, dann werden sie das ja vollkommen tun und endgültig tun. Das wird ihre Aufgabe sein, den Menschen, den Glauben zu verbreiten und dafür in die ganze Welt zu gehen, alle zu Christi Jüngern zu machen. Und er sagt hier jetzt bei dieser Art Generalprobe, also er tut das ja erstmal nur auf Zeit, dass sie sehen und ein Gefühl dafür bekommen, wie das ist. Und er sagt dabei, er sendet sie wie Schafe unter die Wölfe. Er sensibilisiert sie also gleichzeitig dafür, dass sie in seinem Namen vieles erleiden werden. So wie Jeremia in der ersten Lesung. Für die Sache Gottes einzustehen, ist wirklich ein Martyrium. Ein Zeugnis, das man teilweise sogar mit dem eigenen Blut bezeugen muss. Das ist wichtig. Jesus sagt aber zugleich, das ist erstmal natürlich die Realität, ihnen vor Augen zu führen und zugleich sagt er ihnen, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, steht 365 Mal in der Bibel. Für jeden Tag einmal. Jeden Tag sagt uns Gott zu, hab keine Angst. Wir brauchen keine Angst zu haben, weil uns nichts passieren kann. Unser ewiges Leben, das eigentliche Leben, kann man uns nicht nehmen, wenn wir uns mit aller Kraft an Gott festhalten. Sie mögen uns unseren Leib wegnehmen, uns töten. Aber sie können uns den Glauben nicht nehmen. Und deshalb sagt er, darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Und wir können eigentlich nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Das sagen wir nicht umsonst. Wir dürfen uns ganz auf ihn verlassen. Jesus sagt zugleich, dass alles an das Tageslicht kommt. Das ist wichtig. Er sagt hier, dass kein Geheimnis für immer geheim bleibt. Und das verdeutlicht er hier natürlich in dem Zusammenhang mit der Verborgenheit des Reiches Gottes. Und weil es verborgen ist, glauben die Menschen den Aposteln nicht immer. Und irgendwann werden sie es aber glauben, spätestens am jüngsten Tag, wenn nämlich alles offenbar wird. Und das ist eben das Geheimnis, das dann offenbar wird. Und Jesus hat seinen Aposteln sehr vieles erklärt. Er hat ihnen vieles im Privaten auch gesagt. Oft hat er Sachen zu dem Volk gesprochen und wenn sie dann alleine waren, hat er Dinge erklärt. Dann hat er Gleichnisse ausgelegt oder noch weitere Erläuterungen zu dem oder Ergänzungen zu dem gesagt, aber dann eben nur noch zu seinem Zwölferkreis, was nur noch sie dann eben gehört haben. Und was er ihnen im Privaten alles erklärt hat, das werden die eines Tages dann in die Öffentlichkeit tragen. Wir wissen das, wir denken hier jetzt natürlich ganz besonders an die Pfingstrede, wo Petrus nach draußen geht und in der Öffentlichkeit spricht und das sagt und kombiniert und zusammenfasst vom Heiligen Geist eingegeben, was Jesus ihnen natürlich alles auch im Verborgenen erklärt hat. Er hat es selber jetzt nämlich verstanden und auch die Menge ist jetzt so weit, dass sie es verstehen kann. Der Geist hatte ihnen ja das Verständnis dafür gegeben. Er hat ihnen die Augen des Glaubens geöffnet und jetzt können sie das alles verstehen. Jetzt kann es auch in die Öffentlichkeit verkündet werden. Und die sollte auf Regen Widerstand treffen, so erklärt Jesus ihnen schon. Sie müssen keine Angst vor dem biologischen Tod haben, selbst wenn sie sterben müssen. Und er sagt das natürlich nicht umsonst. Elf der zwölf Apostel sterben den Märtyrer-Tod. Nur Johannes, der Evangelist, stirbt eines natürlichen Todes. Ihre Beziehung zu Gott und das ewige Leben kann ihnen keiner nehmen, wie gesagt. Und die größere Gefahr und das sagt Jesus, ihr eigentlicher Feind, vor dem sie Respekt haben sollten, vor dem sie sich hüten sollten, natürlich keine Angst, aber schon Vorsicht haben müssen, das ist der Böse, der ihnen nämlich die Seele von Gott wegführen will. Er tut alles, damit die Menschen nicht am Ende ihres Lebens in den Himmel kommen. Das ist der eigentliche Feind, weil er nicht das biologische Leben, sondern das ewige Leben bedroht. Und dann wendet Jesus mehrere Beispiele an, um den Aposteln zu verdeutlichen, dass Gott ganz mit ihnen ist. Sie brauchen keine Angst zu haben, weil er in seiner wunderbaren Vorsehung alles regelt. Nicht mal die Spatzen, sagt Jesus, nicht mal die Spatzen fallen herunter ohne die Einwilligung Gottes. Und wenn diese Vögel, die eigentlich wenig wert sind, deshalb führt sie Jesus an, das ist eben in der Zeit ein Beispiel, ein Bild für etwas, was nicht so wertvoll ist. Wenn Gott schon auf diese achtet und alles in seiner Vorsehung gründet, was die Vögel tun, um wie viel mehr tut er das mit seinen Jüngern, mit seinen Aposteln, mit den Werkzeugen, mit den besonderen Werkzeugen, die das Evangelium weitertragen sollen nach dem Tod und der Auferstehung Jesu, sogar die Haare auf ihren Köpfen sind gezählt, sagt Jesus. Das ist für uns nicht etwas, was uns irgendwie bedrohlich vorkommen muss, so er macht immer eine Inventur mit uns und so. Nein, so ist das nicht gemeint, sondern Gott weiß um jedes Detail, um jeden Flecken unseres ganzen Daseins, nicht nur hier so körperlich, er weiß um alles, was wir denken, was wir durchmachen und das ist gut. Er kennt uns durch und durch und ihm ist es nicht egal. Er führt alles in seiner wunderbaren Vorsehung und möchte uns zum Heil führen. Und weil das so ist, weil wir in einer absoluten Geborgenheitsbeziehung zu Gott leben dürfen, vor allem wenn wir auch getauft sind, sind wir seine Erben, seine Kinder. Aus dem Grund dürfen wir ganz freimütig in seinem Namen auftreten und ihn bekennen vor anderen Leuten. Und je mehr wir in dieser Gottesbeziehung gründen und in seiner Gegenwart leben, desto leichter fällt es uns, wirklich ihn zu bekennen vor anderen Menschen. Dann wird es uns nicht peinlich sein, dann werden wir nicht ängstlich sein, dann werden wir nicht ängstlich um uns selbst kreisen. Und deshalb sagt Jesus auch, wenn wir ihn dann freimütig bekennen vor den anderen, dann wird er das auch vor seinem Vater tun. Gemeint ist am Ende unseres Lebens, wenn wir dann vor Gott stehen beim Gericht, dann wird Jesus für uns einstehen. Weil dann diese Beziehung, die wir schon zu irdischen Lebzeiten hatten, sich fortsetzen wird. Dann werden wir Gott aber unverhüllt schauen von Angesicht zu Angesicht und ganz in seinem Herzen geborgen sein. Das ist natürlich alles bildlich, wenn man das sagt, weil Gott hat kein Herz, kein organisches Herz, Gott ist Geist. Und ja, wir können nur in Raum-Zeit-Kontinuum und solchen Kategorien der irdischen Welt sprechen, aber Gott, wir werden ganz im Innersten Gottes sein, ganz mit ihm verbunden sein. Und wenn wir mit einer absoluten, mit so einem Misstrauen gelebt haben, uns nicht getraut haben, Gott zu bekennen, dann wird, und wir ihn auch noch verleugnet haben, dann wird Christus uns auch vor seinem Vater verleugnen, sagt er. Warum? Was wir gewählt haben in dieser Welt, die Konsequenzen werden wir zu spüren kommen, sie werden auf uns zurückfallen, weil Gott unseren freien Willen absolut schätzt. Jesus sagt das nicht zu seinen Jüngern, um ihnen Angst einzujagen, sondern um ihnen die absolute Endgültigkeit dieser Sache vor Augen zu führen. Es hat eine ganz große Auswirkung, wie wir uns hier auf Erden verhalten, für das, was uns nach dem Tod erwartet. Und es ist endgültig, dann wird es zu spät sein. Also ändern wir uns jetzt schon in diesem Leben. Ändern wir uns, solange wir noch die Chance haben. Und Gott tut auch alles. Er ist sogar für uns, wie gesagt, Mensch geworden und hat gelitten bis zum Gehtnichtmehr und hat sich ans Kreuz schlagen lassen, damit wir die Chance haben, uns zu bekehren und eben nicht die ewige Abgeschnittenheit von ihm erfahren zu müssen, sondern die Chance zu haben, ganz bei ihm zu sein. Er tut wirklich bis zum Letzten noch alles, um uns Chancen zur Umkehr zu geben. Machen wir was draus. Wir haben heute sehr viel gehört von Vertrauen, auch gerade von Gottvertrauen derer, die viel erleiden müssen im Namen Gottes. Und dass Jüngerschaft alles andere als glamourös ist. Das ist nie etwas Leichtes, sondern ein steiniger Weg. Aber das, was uns erwartet, wird das alles unendlich oft wieder gut machen. Und Gott ist auch bei uns. Er steht uns bei bei allem und er schenkt uns auch die innere Freude, die Zuversicht, dass am Ende alles gut wird. Bis zum nächsten Video wünsche ich Ihnen alles Gute, Gottes reichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!